Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Samsung hat letztes Jahr beim Galaxy S23 und S23 Plus wirklich sehr vieles richtig gemacht. Die beiden waren natürlich nicht ganz so gut wie das Ultra, aber sie hatten auch kaum größere Schwächen und gerade mit dem typischen Preisverfall im Hinterkopf waren sich eigentlich alle relativ schnell einig, dass diese Geräte ein richtig guter Deal sind. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was Samsung bei den Nachfolgern, also dem S24 und dem S24 Plus, wirklich hätte besser machen können. Ein neues, deutlich kantigeres Design, größere, hellere, bessere Displays, größere Akkus und natürlich die neuen Galaxy AI-Funktionen klingen aber auf dem Papier für mich tatsächlich nach den perfekten Ergänzungen. Wäre da nicht die Nummer mit dem Prozessor, denn anders als beim Ultra kommt bei den beiden hier tatsächlich wieder ein Exynos-Prozessor zum Einsatz und das hat in der Vergangenheit ja durchaus gerne mal für Probleme gesorgt. Ob das auch hier wieder der Fall ist, ob Samsung die beiden vielleicht sogar verschlimmbessert hat oder ob sie tatsächlich nahe an der Perfektion sind, das erfahrt ihr jetzt in meinem ausführlichen Review, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Auf dem Papier haben das S24 und S24 Plus nahezu identische Abmessungen wie ihr jeweiliger Vorgänger und auch beim Gewicht hat sich nicht viel getan. Spätestens, wenn man die Geräte dann aber mal in die Hand nimmt, fällt einem sofort das deutlich kantigere Design auf. Sowas ist nicht immer nur vorteilhaft, weil es sich gerne mal etwas scharfkantig anfühlt oder dazu führt, dass größere Geräte sperriger in der Hand liegen, aber Samsung hat in diesem Fall alles richtig gemacht. Der Alu-Rahmen ist nun matt und die Übergänge sind so sanft, dass ich nur sagen kann, dass sowohl das S24 als auch das S24 Plus meiner Meinung nach besser und vor allem etwas griffiger in der Hand liegen als noch die Vorgänger. Das macht wirklich einen größeren Unterschied, als ich im Vorfeld erwartet habe. Die Displays sind jeweils um 0,1 Zoll auf jetzt 6,2 und 6,7 Zoll angewachsen. Möglich wurde dies durch nochmal sichtbar dünnere Displayränder und klar, natürlich ist das kein Weltenunterschied, aber ich glaube, niemand kann leugnen, dass das S24 und S24 Plus im direkten Vergleich sichtbar moderner und cleaner aussehen als das S23 und S23 Plus. Die Displayränder sind dabei auch noch mehr oder weniger symmetrisch. Ich finde das alles in allem einfach nur extrem gelungen. Unterbrochen wird das Ganze natürlich nur durch das winzige Punchhole mit der 12 Megapixel Frontkamera und natürlich ist auch hier wieder ein ultraschallbasierter In-Display-Fingerabdrucksensor mit an Bord. Der reagiert super schnell und zuverlässig und ist noch immer den meisten anderen Geräten in dieser Preisklasse merkbar überlegen. Das S24 ist und bleibt eines der wenigen High-End-Smartphones, die von den meisten wirklich noch gut einhändig bedient werden können. Es ist unglaublich handlich und ich persönlich liebe den Formfaktor. Das S24 Plus hingegen ist trotz dieses riesigen 6,7 Zoll Displays merkbar handlicher als die meisten anderen Konkurrenten mit ähnlichen Diagonalen. Natürlich nicht so handlich wie das S24, aber es ist auch bei weitem nicht so ein Klopper wie etwa das Ultra. Hier hat Samsung in meinen Augen wirklich alles richtig gemacht. Dass der Alu-Rahmen nun matt ist, hat zusätzlich auch noch den Vorteil, dass er deutlich weniger anfällig für Kratzer oder Fingerabdrücke ist. Was will man mehr? Power-Button und lauter Leisewippe sind wieder super platziert und in beiden Fällen sehr gut zu erreichen. Und natürlich kommen auch beide wieder mit einem USB-C 3.2-Port sowie Stereo-Lautsprechern. Einem auf der Unterseite und einem zweiten, der in die Hörmuschel integriert wurde. Sie klingen wirklich super, werden schön laut und liefern einen relativ kräftigen Sound. Das S24 spielt hier für seine Größenklasse ganz vorne mit. Das S24 Plus klingt sogar noch etwas besser. Dabei sind natürlich beide auch wieder nach IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Der Speicher kann in beiden Fällen nicht erweitert werden. Hier gibt es aber einen wichtigen Unterschied. Das S24 kommt standardmäßig wieder mit 128 GB UFS 3.1 Speicher, wobei es auch noch die Option auf 256 GB UFS 4.0 Speicher gibt. Das Plus hingegen hat standardmäßig bereits 256 GB UFS 4.0 Speicher. Hier gibt es dann zusätzlich auch noch die Option auf 512 GB. Die Rückseiten bestehen wieder aus mattem Glas, das sich nicht nur super hochwertig anfühlt, sondern auch noch ziemlich unanfällig gegenüber Fingerabdrücken ist. Die Verarbeitung ist hervorragend und ich persönlich finde auch einige der neuen Farben dieses Jahr extrem gelungen. Bei den Kameras hat sich auf dem Papier nichts getan. Samsung setzt wieder auf ein Triple-Kamera-Setup, bestehend aus einer 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Weitwinkelkamera und einem 10 Megapixel Telesum Objektiv, das einen dreifachen optischen Zoom ermöglicht. Die Bildqualität schauen wir uns natürlich gleich noch ausführlich an. Die Kameras tragen etwas aus dem Gehäuse hervor, deshalb wackeln die beiden bei der Bedienung auf einem Tisch liegend auch ganz leicht. Beide Geräte kommen ab Werk bereits mit Android 14 und natürlich mit Samsungs One UI. Sie bekommen sieben Jahre Android-Versions-Updates und sieben Jahre Sicherheits-Updates. Für mich persönlich tatsächlich mit die größte und beste Neuerung überhaupt, das kann man gar nicht genug würdigen. Als Prozessor kommt, wie schon erwähnt, zumindest bei uns in Europa, Samsungs hauseigener Exynos 2400 zum Einsatz. Dazu gibt es 8 GB RAM beim S24 und 12 GB RAM beim Plus. Die One UI sieht auf dem S24 und S24 Plus tatsächlich genauso aus wie auch auf den Vorgängern. Es gibt nach wie vor unglaublich viele Features, Einstell- und Personalisierungsmöglichkeiten und ich persönlich bin mittlerweile durchaus ein Fan der One UI geworden. Samsung hat auch hier in den letzten Jahren wirklich vieles richtig gemacht. Wirkliche Neuerungen sucht man aber vergeblich. Bis, ja bis man auf die neuen Galaxy AI-Funktionen trifft. Viele davon habe ich euch in meinem Tipps und Tricks Video schon sehr ausführlich gezeigt. Auf das verweise ich jetzt einfach mal an der Stelle. Und auch im Galaxy S24 Ultra Review gehe ich nochmal etwas ausführlicher auf die Thematik ein. Hier erstmal der Hinweis, dass meiner Meinung nach die Galaxy AI-Funktionen auch auf dem S24 und S24 Plus trotz des anderen Prozessors mehr oder weniger genauso gut funktionieren wie auf dem Galaxy S24 Ultra. Zum Beispiel die AI-Live-Übersetzung beim Telefonieren. Ich finde es einerseits beeindruckend, wie schnell das Ganze funktioniert und wie nahtlos es integriert wurde. Wenn man wirklich gar keine Ahnung von einer der bisher 14 unterstützten Sprachen hat, dann ist das Ganze auch definitiv ein Mehrwert. Egal ob beim Telefonieren, beim Chatten oder in der integrierten Dolmetscher-App. Zur Wahrheit gehört aber meiner Meinung nach auch, dass viele der Übersetzungen noch ziemlich rudimentär sind, dass teilweise Sprechpausen natürlich nicht erkannt werden oder nicht berücksichtigt werden, dass Sätze dann einfach meiner Meinung nach ganz sinnlos aneinandergereiht werden. Und so der eigentliche Sinn meiner Aussagen teilweise doch etwas oder ziemlich verdreht wurde. Ich habe das ausprobiert oder mir ist das vor allem aufgefallen bei der Übersetzung von Deutsch und Spanisch und Deutsch und Italienisch. Wir brauchen gar nicht diskutieren. Wenn man wirklich überhaupt keine Ahnung von diesen Sprachen hat, dann ist das immer noch viel, viel besser als nichts, weil ich sage mal so, das Wichtigste kam dann meistens doch an oder man konnte es sich zumindest zusammenreiben, aber es klang dann schon teilweise ziemlich komisch. Also da braucht es meiner Meinung nach auf jeden Fall noch einige Updates. Trotzdem, wie gesagt, wenn man überhaupt keine Ahnung hat und in so einer Situation ist, dann kann das auf jeden Fall nützlich sein. Ähnlich ist es bei der Transkriptionsfunktion und vor allem auch bei der Zusammenfassungsfunktion. Das funktioniert teilweise beeindruckend gut, teilweise fehlen aber auch einfach wichtige Details oder die AI dichtet irgendwas dazu, was gar nicht gesagt wurde. Am zuverlässigsten funktioniert meiner Meinung nach wirklich Circle to Search. Klar, das ist jetzt nichts komplett Neues, aber so gut wie Samsung das Ganze integriert hat und so zuverlässig wie Objekte hier erkannt werden, ist das für mich tatsächlich ein klarer Mehrwert. Das gilt auch für einige der Bildbearbeitungs- oder Videobearbeitungsfunktionen. Einfach an die Möglichkeit, aus einem normalen Video mit einem Klick eine Slow-Motion-Aufnahme zu machen. Das finde ich nach wie vor absolut beeindruckend. Und auch, dass die Galaxy AI einfach Bildinformationen dazu berechnen kann und dadurch Bilder begradigen oder einfach rauszoomen kann, ist in manchen Situationen sicherlich nützlich und für viele ein großer Mehrwert, vor allem weil das in den meisten Fällen echt gut funktioniert. Andere Galaxy AI-Funktionen hingegen, die laufen noch bei weitem nicht so gut und nicht so zuverlässig, aber darauf gehe ich im Galaxy S24 Ultra Review, wie schon erwähnt, genauer ein. Hier soll es jetzt aber endlich um den verbauten Exynos-Prozessor gehen, der bei euch und auch bei mir direkt nach der Vorstellung ja für ziemlich viel Unverständnis und auch etwas Unmut gesorgt hat. Ich habe allerdings gute Nachrichten. Samsung hat dieses Mal keinen Unsinn erzählt und den Prozessor tatsächlich deutlich verbessert. Das konnte man ja schon nach dem Benchmark-Video erahnen, wo man gesehen hat, dass der Exynos 2400 tatsächlich rein von den Punkten her meist besser abschneidet als der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aus dem letzten Jahr und teilweise sogar ganz gut mit dem 8 Gen 3 im S24 Ultra mithalten kann. Die Alltags-Performance ist wirklich gut und in vielen Situationen merkt man nicht mal einen Unterschied im Vergleich zu einem Qualcomm-Prozessor. Apps starten und schließen schnell, diese typischen Exynos-Mini-Rückler und Verzögerungen gibt es hier nicht. Zumindest sind sie mir mit dem aktuellsten Update an keiner Stelle begegnet. Das war ja immer mein größter Kritikpunkt und den hat Samsung wohl endlich beseitigt. Dass das Plus 4 GB mehr RAM hat, fällt aktuell nur dann auf, wenn ihr wirklich sehr, sehr viele Tabs oder Apps gleichzeitig offen habt. Die meisten dürften davon im Alltag nichts merken. Auch mit aufwendigeren Dingen hat der Prozessor keine Probleme. Hier merkt man teilweise aber tatsächlich, dass das Ultra noch einen kleinen Tick schneller ist und vor allem, dass es kühler bleibt. Mir ist es bisher nur beim Einrichten, beim Zocken aufwendiger Spiele oder eben bei Benchmarks aufgefallen. Aber hier wird das S24 Plus und vor allem auch das S24 gewärmer als ihre jeweiligen Vorgänger. Das ist jetzt nichts Besorgniserregendes, weil es sich noch immer in einem relativ normalen Bereich abspielt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das im Hochsommer durchaus dem einen oder anderen auch im Alltag auffallen wird. Und es spricht halt mal wieder dafür, dass der Prozessor bzw. die Kühlung nicht ganz so optimiert sind wie etwa bei Qualcomm. Trotzdem war ich hier insgesamt sehr positiv überrascht. Das gilt übrigens auch für die Displays, vor allem beim Plus. Das hat nun eine deutlich höhere Auflösung als das normale S24 und wenn man auf sowas achtet, dann sieht man im direkten Vergleich tatsächlich einen leichten Schärfeunterschied. Ich bleibe aber dabei, dass das im Alltag für die wenigsten relevant sein dürfte. Vor allem, weil es in Sachen Farbwiedergabe und Farbechtheit kaum Unterschiede gibt. Hier sind beide einfach nur unglaublich gut und überzeugen mit schönen, kontrastreichen Farben, ohne aber irgendwie wie früher ins Unrealistische abzudriften. Was aber in erster Linie auffällt, ist die höhere Displayhelligkeit. Nicht etwa im manuellen Modus. Da waren die Vorgänger schon sehr gut und das S24 und S24 Plus sind es natürlich ebenfalls. Aber draußen bei direkter Sonneneinstrahlung werden die beiden für kurze Zeit tatsächlich nochmal sichtbar heller als das S23 und das S23 Plus und das kann teilweise wirklich ein Vorteil sein. Also ich begrüße diese Verbesserung auf jeden Fall sehr. Den Kamerateil hingegen können wir wieder relativ kurz halten, weil sich meiner Meinung nach tatsächlich kaum etwas getan hat. Ich finde, dass Samsung bei den Farben bzw. generell der Bildabstimmung wieder näher an Google und Apple randrückt, was mir persönlich ganz gut gefällt. Ich finde auch, dass die Kameras nun etwas schneller auslösen, aber was Bildschärfe, Dynamikumfang und halt generell die Qualität der Bilder angeht, sehe ich hier kaum Unterschiede und erst recht keine Verbesserungen im Vergleich zum S23 und S23 Plus. Weder bei viel noch bei weniger Licht. Ich würde euch da jetzt gerne was anderes sagen, aber dann müsste ich lügen. Das ist alles natürlich immer noch grundsolide und natürlich wird es von Samsung in den nächsten Monaten wieder diverse Updates geben, die die Kamera mal mehr, mal weniger verbessern, aber am Ende kann man sich zumindest beim Preis des Plus fragen, ob da nicht doch ein besserer, neuerer Sensor angemessen gewesen wäre. Bei der Weitmengekamera stellt sich diese Frage eher beim Ultra, das hat ja den gleichen Sensor verwendet wie die beiden hier. Beim S24 und S24 Plus finde ich die Qualität hingegen noch angemessen. Das ist zwar insgesamt nichts weltbewegendes, aber zumindest bei guten Lichtbedingungen kann man hier durchaus schöne Aufnahmen machen. Der dreifache Tele-Zoom ist gewohnt solide und man muss Samsung ja lassen, dass sie anders als Google oder Apple bei ihren günstigeren Flaggschiff-Alternativen überhaupt einen dedizierten Zoom verbauen. Aber zumindest beim Plus sind wir hier halt auch auf einem Preisniveau, wo man bei der Konkurrenz teilweise schon eine sichtbar bessere Qualität bekommt. Vor allem wenn es näher rangehen soll und das muss man in meinen Augen durchaus kritisieren. Anders sieht es wieder bei den Videos aus. Die sind im Android-Bereich vor allem in der Preisklasse nach wie vor das Beste, was ihr bekommt. Da wurde zwar auch so gut wie nichts verbessert, aber das war hier halt auch nicht so sehr nötig. Das muss man Samsung lassen. Ähnliches gilt für die Frontkamera. Auch wenn ich mit der Farbwiedergabe noch immer nicht hundertprozentig zufrieden bin, ist das objektiv betrachtet mit die beste Bildqualität, die ihr in der Preisklasse bekommt. Das Ultra hat ja den gleichen Sensor und das sagt eigentlich schon fast alles. Ich möchte jetzt auch noch ganz kurz auf die Banana-Gate-Thematik eingehen. Falls euch das nichts sagt, dann skippt diesen Part des Videos einfach. Glaubt es mir, ihr tut euch einen großen Gefallen. Aber letztes Jahr hat das zumindest in manchen Kreisen ja durchaus Wellen geschlagen. Ich konnte das beim S23 und S23 Plus bei meinen Samples nie so wirklich reproduzieren. Ich habe aber Geräte gesehen, die davon betroffen waren und mir wurde auch so das ein oder andere Bild von Zuschauern geschickt. Ich kann nur sagen, jetzt beim S24 und S24 Plus, ich habe alles versucht, um das zu reproduzieren. Mir ist hier nichts aufgefallen, was mich im Alltag wirklich großartig stören würde. Ich kann aber natürlich nicht für alle Geräte sprechen. Keine Ahnung, ob das tatsächlich hardware-technisch gefixt wurde. Ich wollte das Thema trotzdem ansprechen, dass mir hier keiner vorwerfen würde. Ich würde das totschweigen. Aber naja, es kann natürlich auch sehr gut sein, dass die Review-Samples hier handverlesen wurden. Aber ja, nach über 10 Jahren YouTube-Erfahrung kann ich euch einfach sagen, ja, meiner Meinung nach ist das ziemlich unrealistisch. Und ich wollte es, wie gesagt, einfach kurz angesprochen haben. Viele haben mich auch gefragt, ob der Empfang durch den Exynos-Prozessor schlechter geworden ist. Die Unterschiede sind nicht riesig, aber im direkten Vergleich haben das S23 und S23 Plus in Gebieten mit schlechtem Empfang, also mit wirklich schlechtem Empfang, tatsächlich leicht die Nase vorne. So schlimm wie früher ist es aber bei Weitem nicht mehr. Und der Satz beschreibt eigentlich auch die Akkulaufzeit perfekt. Auf die war ich persönlich ehrlich gesagt sogar noch mehr gespannt als auf die Performance. Man muss hier ja bedenken, dass das S24 100 mAh das Plus sogar 200 mAh mehr hat als der Vorgänger und dass nun LTPO-Displays zum Einsatz kommen, also so richtige. Dem entgegen stehen halt die etwas größeren Displays und natürlich der Exynos-Prozessor. Ich sag's mal so, in beiden Fällen sind die Laufzeiten bei mir etwas schlechter als beim S23 und S23 Plus. Vor allem mal wieder, was den Standby-Verbrauch angeht. Mit dem S24 komme ich aktuell auf maximal 5 Stunden Display-On-Time, mit dem Plus auf maximal 7 Stunden Display-On-Time. Mit 60 Hertz und entsprechenden anderen Anpassungen ist natürlich auch deutlich mehr möglich. Mit dem S24 hätte ich Probleme, durch wirklich lange Tage zu kommen, mit dem Plus sind die aber kein Problem. Das Ultra mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 hingegen hält tatsächlich aber nochmal spürbar länger durch. Das ist alles nicht optimal, aber die Unterschiede sind keinesfalls so extrem wie etwa bei der S22-Reihe. Die Akkulaufzeit des Plus würde ich sogar als ganz ordentlich bezeichnen. Also ja, hier hat Samsung immerhin etwas Schadensbegrenzung betrieben. Ansonsten bleibt es dabei, dass beide Wireless Charging sowie Reverse Wireless Charging und Fast Charging mit 25 bzw. im Falle des Plusjahr 45 Watt unterstützen. Mit dem entsprechenden Netzteil dauert es zwischen 65 und 75 Minuten, bis der Akku komplett vollgeladen ist. Das bekommen viele Konkurrenten deutlich besser hin, vor allem schneller. Und es wäre beispielsweise auch eine gute Möglichkeit gewesen, um die schlechter gewordene Akkulaufzeit etwas auszugleichen. Finde zumindest ich. Am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich das Galaxy S24 und das S24 Plus durchaus positiv überrascht haben, weil es auf jeden Fall einige Verbesserungen gibt, allen voran in Sachen Design, aber auch was die Displays angeht oder jetzt natürlich noch die längeren Updates und mit diesen Galaxy AI Funktionen hat man auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert. Wobei ich euch an der Stelle stand jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass das für mich jetzt nicht kaufentscheidend wäre. Das wäre jetzt nicht so der große Faktor, wo ich sage, Ja, nur deshalb müsst ihr unbedingt zur Galaxy S24 reingreifen. Ich meine, ich glaube, ich habe es euch ja gesagt, einige der Funktionen funktionieren durchaus schon ganz gut und liefern auch durchaus einen Mehrwert. Vieles funktioniert aber auch noch nicht so wirklich und ist meiner Meinung nach aktuell eher so eine Spielerei mit keinem großen Mehrwert. Es kann jetzt natürlich sehr, sehr gut sein, dass sich das in den kommenden Monaten noch ändert, aber ja, ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Das kann ich aktuell noch nicht beurteilen. Was ich aber schon jetzt beurteilen kann und auch bewerten kann, ist natürlich diese Exynos-Nummer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich nach wie vor dabei bleibe, dass es für den Endkunden besser gewesen wäre, wenn man wirklich in allen drei Smartphones den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 verbaut hätte, dass mich der Exynos auf jeden Fall positiv überrascht hat. Die Performance ist wirklich gut. Ich würde sogar sagen, dass sie in manchen Stellen sehr gut ist. Und auch wenn mir die Wärmeentwicklung so ganz leichte Sorgen macht und man natürlich sagen muss, dass die Akkulaufzeit trotz der etwas größeren Akkus sogar etwas schlechter geworden ist, ist das alles meiner Meinung nach noch in einem Bereich, den man auf jeden Fall tolerieren kann. Also das war wirklich bei den Vorgängern mit Exynos-Prozessor teilweise schon deutlich, deutlich schlechter. Damit kann man jetzt auf jeden Fall leben. Versteht mich da jetzt bitte nicht falsch. Ich will das jetzt auf keinen Fall schönreden, aber es ist auch auf jeden Fall nicht so ein riesiger Reinfall, wie viele mich eingeschlossen im Vorfeld so befürchtet haben. Also da lag ich, da lagen wir auf jeden Fall falsch. Ja, alles in allem kann ich euch die beiden Smartphones hier auf jeden Fall weiterempfehlen. Die Preise bleiben natürlich hoch. Wir haben jetzt schon einige von euch geschrieben, dass sie durch die Trade-In-Aktion und die Vorbestelleraktion ein richtig gutes Angebot zusammenbekommen haben. Das kann ich nicht beurteilen. Das überlasse ich jedem selbst. Das ist dann natürlich klasse. Aber jeder, der jetzt sagt, ja, diese Vorbestelleraktion, das überzeugt mich jetzt noch nicht so wirklich, den würde ich einfach empfehlen abzuwarten. Die Erfahrung zeigt da einfach, dass die Preise hier sehr schnell sinken werden. Jetzt nicht in wenigen Wochen, aber auf jeden Fall in ein paar Monaten. Und wenn die beiden dann mal so 200, 250 Euro von der UVP aus betrachtet günstiger geworden sind, dann kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall zugreifen und bekommt hier ein richtig rundes Gesamtpaket. Vor allem auch mit dieser genialen Update-Garantie im Hinterkopf. Ich bin mal gespannt, vor allem wenn man abwartet, hat man den Vorteil, dass man noch schauen kann, was die Konkurrenz so macht. Weil ich finde jetzt durchaus, dass Samsung durch diese Prozessor-Nummer die Tür schon so ein bisschen aufgemacht hat. Vor allem beim Plus-Modell, weil das ja noch mal teurer ist. Da muss ich auf jeden Fall sagen, hätte ich mir nach wie vor eine etwas bessere Kamera erwartet oder auch schnelleres Fast Charging. Einfach ein paar so Dinge. Mal schauen, ob Motorola, Honor oder auch Xiaomi das tatsächlich ausnutzen können. Google kommt ja auch noch irgendwann im Laufe dieses Jahres. Ich bin da etwas skeptisch, weil die Geräte hier schon ziemlich gut sind. Aber ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht. Weil wie gesagt, durch diese Prozessor-Nummer haben sie auf jeden Fall so einen kleinen Spalt aufgemacht. So, hier seht ihr jetzt auch noch mal mein typisches Roundup eingeblendet. Mit den Pro-Punkten, mit den Kontrapunkten sind wir ja alle im Laufe des Videos schon durchgegangen. Der einzige neutrale Punkt ist für mich aktuell die Akkulaufzeit vom Galaxy S24. Ich habe überlegt, ob ich die zu den Kontrapunkten packen soll. Aber dadurch, dass das Gerät halt so kompakt ist und man in der Größenklasse einfach, was die Akkulaufzeit angeht, immer noch andere Ansprüche haben muss, andere Erwartungen haben muss, dass bei so einem riesigen Smartphone ist die halt einfach neutral. Die ist jetzt nicht umwerfend, aber sie ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht wie etwa beim S21, beim S20 oder auch beim S22. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu den Geräten sagt. Ich glaube, der eine oder andere hat sein Seher auch schon ausgeliefert bekommen. Ich freue mich über euer Feedback. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.